Hallo und herzlich Willkommen bei IkedWolle Wenn ich mal wieder runterfalle Beziehungsweise wenn ich runterfalle endet das Spiel So wie sonst im Endeffekt auch Da ja 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 und auch schon direkt auch schon wieder mal rein da Wir wurden auch schon jetzt schon von Oddi einige Speedruns geschickt Aber ich probiere es natürlich ohne Speedrun Ja Erstmal das Spiel irgendwie auf die Reihe kriegen Danach vielleicht mal probieren ob man vielleicht mit Speedrun irgendwie hinkriegt oder sowas Das ist äh ja 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 Wir sind ja auch nur irgendwie quasi Anführungsstrichen irgendwelche Bugs oder Fehler vom Spiel Was ja auch gut Also ich probiere diesmal wirklich mal ernsthaft ein bisschen weiter zu kommen Oder natürlich halt einfach das Video nicht hochzuladen So was ja kein Sinn wenn ich schon nicht irgendwo jetzt scheitere oder so Denn dann habe ich jetzt drei Wochen lang Video Material wo ich quasi nicht wirklich viel weiterkomme Ist ja auch doof Das macht doch auch nicht wirklich viel Spaß Ich denke schon auch die Leute Irgendwie verarschen oder so Warum machst du denn nicht Oh Muss ich ja wirklich weiter Ja direkt hier schon runtergefallen Ja direkt mal versucht gemacht Ja natürlich nicht Äh ja einfach mal ein bisschen Hallo Ich glaube ich so nicht Ich glaube ich so nicht Nicht so viel rumlabern Bis ich bis zum rumlabern Hier Also war nicht so viel Dann auch noch den hier Ja auch noch Dann 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 auch noch Ja okay Hervorragend Hervorragend Wäre sehr schön Zack Ja Hoch Hier war ich ja beim letzten Mal auch schon quasi Ja Oh Dann wieder irgendwo runtergefallen Ah Das kannst du echt kann mal erzählen Manchmal sowas Kannst du einfach Manchmal auch Wie er schon irgendwie Wird schon wirklich schon eine gute durchzukommen hat Ja Ja wie war denn euer Tag so Schön das ist gut Meiner war heute noch so ein bisschen nah Also gestern hatte ich so ein bisschen Also Montag Ja Welchen Montag Im dritten Im dritten Juni So Kopfschmerzen Mir sind einige Sachen nochmal so durch den Kopf gegangen Das habe ich manchmal Also Ein Glück nicht immer Aber manchmal habe ich das halt Und heute war noch so ein Tag Wo ich dann noch ein bisschen Kopfschmerzen hatte Nämlich magentechnisch Das finde ich so hundertprozentig gut Aber heute Abend Die sind jetzt auf jeden Fall schon mal wieder besser Äh Habe auch heute ein Ingwer-Shot Bezüglich Ingwer-Shots geschenkt bekommen Die Guten von Rewe Machen wir mal Oh scheiße Machen wir mal eigene Ich habe den mal so getrunken Und dachte so Der ist ja langweilig Ja die die ich mir zum Beispiel selber mache Also die sind Die hauen wirklich rein Dann nehme ich frischen Ingwer Ähm Mach den dann fertig Also ähm Schäle den dann halt Dann mache ich das so dass ich den ähm So schön Schäle dann ein kleines Stückchen Und dann kommt mir mein Smoothie Maker rein Also das mache ich circa Ja gut Ich kaufe mir schon einen Ingwer auf jeden Fall Den haue ich da auf jeden Fall rein Dazu dann ein bisschen Zitrone So ein, zwei Zitronen auspressen und da rein Ein, zwei Gewette Bisschen Honig Und ein bisschen Wasser Und das ist alles schön Smoothie Maker rein Und wenn ihr dann so einen Ingwer-Shot habt Das ist kein Vergleich mit dem Den ihr euch irgendwie bei Rewe oder so kauft Weil Rewe ist dagegen Witz so ungefähr Rewe ist Wirklich dagegen ein Witz Oh Kommt drauf Kommt drauf Bleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleib Baby Hast du sehr gut Oh ja Warte mal So Schon mal weiter als vor Also das ist wirklich richtig geiler Ingwer-Shot Also den kann ich echt nur wärmstens auch empfehlen Also wenn ihr irgendwie Bock habt auf richtig krassen coolen Ingwer-Shot Macht den euch selbst Im Smoothie Maker oder sowas Niemals Smoothie Maker oder Mixer Sehr sehr viele Leute einfach bei sich zuhause Und wenn ihr euch den halt einfach nur macht Alter Vater Also dann lacht über die Teile die ihr bei Rewe kriegt Ich dachte auch so einfach Oh bei Rewe die sind ja Die hat den ersten Mal immer so getrunken haben So in Ingwer-Shot Ich dachte mir ja krass die gehen ja voll ab Äh Ich mach Ja wie sie wacht hat jetzt Und nicht auf C Ah Ist der G Ist der G was Ok gut Wollte ich halt eben so ein bisschen damit ich ein bisschen besser rüberkomme So Ähm Also die hauen wirklich rein Ist da halt Wenn da irgendwas mit mit Erkältung oder so Es habt gerade auch so Winter oder Herbst mäßig oder sowas Der brennt euch echt alles immer so Wenn ihr da ein bisschen Halsschmerzen habt Der brennt euch echt komplett alles weg Also Halsschmerzen ist ja gar nicht so Oder ja die anderen Ingwer-Shotze die man wirklich so kaufen kann Na die sind da einfach witzig Ich hab die Kurz im Mund gehabt So weil bei der so viel war Aber der hat ganz leicht so eine ganz leichte Brennsung ungefähr gehabt Und dann heizt mich sie auch wenn ich mir die selber mach Dann äh ja Dann geht das runter wie Butter Das ist natürlich nicht so gut für einen Magen Das gebe ich zu Ich habe noch so ein Tag vor ein bisschen Magenprobleme hatte Ähm Ja das gebe ich auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall nicht so gut gewesen Aber es war durchaus auf jeden Fall äh ja Was lecker das mit mir zu trinken Aber ich esse auch so recht gerne Ingwer Also von daher trinke ich auch gerne Ingwer-Tee und sowas Wenn man sich wirklich so Ingwer-Shotze auf mich macht Und die sind wirklich auch Also Ist auch schön für die Gesundheit und so weiter Weißt also ich finde das äh Hilft auch ein bisschen Bei dem Immunsystem wenn man es richtig macht so Also Ihr dürft die Teile eigentlich kochen Sie also könnt ihr natürlich wenn ihr so einen Ingwer-Tee machen wollt Ja dann könnt ihr die mal wieder kochen Aber ich würde es eigentlich Also für die Shots würde ich es eigentlich eher weniger empfehlen Die Brüche halt zu kochen oder sowas Da würde ich halt eher empfehlen Das hat nichts zu tun So Zack die hoch Ja dann bin ich doch schon mal weiter als vorher Das ist doch schon mal schön Achja So Das ist doch schon mal froh Und ich habe euch sogar erzählt wie man einen Ingwer-Shot machen kann Das ist doch schön Das ist doch schon mal schön So Zack hier rüber Ich habe auch gesagt du sollst da rüber gehen So zack Also bis rüber gehen So hier sind wir wieder hoch Nein Oh Oh Ich habe es gerade eben schon Ich dachte gerade eben schon Jetzt bin ich gefallen Und dann Oh Uff 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 Ich habe gerade eben schon fast Und die Panik stand schon fast in meinen Augen Ich dachte mir so Oh Mann Ich wollte doch auf jeden Fall noch bis zum Bahnhof kommen Ich weiß nicht Da hinten ist Bahnhof In der Herr macht da jetzt mal irgendwas Hä Hallo Wieder hin So Ja gut So Ja Das scheint fährt er wieder runter oder was Die Lava ist schon immer dabei Ja Also wenn ihr nachher irgendwelche coolen lustigen Shots wissen wollt Ich kann euch die auf jeden Fall auch äh 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 Ja Ja Ey Gut Das war jetzt auch nicht wirklich runter gefallen Also wenn wir jetzt hier so ein bisschen einen kleinen Sprung da so verkaufen Oh Alter Ich bin ja nervöser als äh 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 Ja sonst was Hallo Du sollst jetzt Alter Was macht der da eigentlich immer wieder Okay Ah Hopp Hopp Warum Ey ich hab das als ihr's Erstmal gemacht hab ich hab da ein zwei Versuche gebraucht und bin ich da durch gewesen Okay Und jetzt sitze ich hier Und krieg auch nicht mal ein bisschen was hin So komm Wieder rauf wieder rauf wieder rauf Lass ihn auf Ja mal gut er braucht Ja Und dann muss ich einfach nur nach vorne springen Vorregieren Und hopp 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 So Zack Zack Hervorragend Ja sehr gut Hier sind wir jetzt schonmal viel 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 weiter Das ist auch schonmal schön Warum würde ich jetzt eigentlich wieder schon wieder Dings machen so Hier ist ein bisschen ruhiger Weil ich bin schon relativ weit und sieht ja auch schon die ganzen Textur und sowas Ja 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 Ich bin auf jeden Fall deutlich weiter Haha Ich hab erzählt wenn wir einen schönen Ingwer-Shop gemacht haben Ahja Was ich noch vergessen hab Ich glaub ich hab ich erzählt ein bisschen Honig rein Ihr könnt auch ein bisschen halt Anderen süßig Süßzeug machen Aber zum Beispiel Honig ist ja auch gerade auch bei Arcade Ist das ja auch gerade auch gut Von daher Finde ich da halt schon Honig schon wirklich gut Man kann sich natürlich auch so auch immer wieder für die Abwehrkräfte halt immer wieder so einen kleinen Ingwer-Shop reintun So ein bisschen so ein kleines Schnapsgläschen Und ballert euch da halt einfach Tut ihr dann halt euren kleinen Ingwer-Saft so ein bisschen rein Also ihr tut da vorne eine Flasche Und äh Also vom Mixer in eine Flasche Tut ihr wirklich so ein kleines Schnaps Gieß ihn gleich Macht aber nur so einen kleinen Schnaps-Schluck so Und der brennt euch wirklich vom Hals her Also vom Mund bis Hals einfach alles weg Und wenn der halt irgendwie was halt Entzündungsmäßiges oder sowas habt Dann wird er alles weggeballert So das ist schon richtig nice Es macht schon Richtig Sinn das auch zu tun Also Nicht nur im Winter Auch schon manchmal auch schon im Sommer Die sollten wir bald auch mal wieder einen Ingwer-Shop machen Ich glaub ich hab irgendwo auf meinem Kanal Hab ich auch mal äh Ingwer-Shop glaub ich auch mal gemacht Aber auch mal ein Video und so weiter Äh Daher Ja Einfach mal suchen Angucken und yay Weiß ich den natürlich nicht gemacht Dann soll ich den vielleicht irgendwo noch machen Ich glaub ich hab den auf jeden Fall letztes Jahr gemacht Bin mir relativ sicher Dass ich letztes Jahr Ein Ingwer-Shop-Video gemacht habe Ab durch den Tunnel Den Tunnel Den Tunnel Krass das Video geht schon 11 Minuten Und äh Na gut Fast 11 Minuten Oder schon 11 Minuten Und ich Bin noch nicht wirklich Aber gut Sprünge Sprünge so ein bisschen Aber nicht ganz runtergefallen Also Wuh Vielleicht schaffst du jetzt mal zur weiten Stelle Wo ich es halt äh Schon mal verkackt habe Aber ich Gab ein, zwei Stellen wo ich schon dachte Alter jetzt ist das Video schon wieder vorbei Das wäre schon ein bisschen grottig gewesen So Äh ja Ja Weil ich jetzt immer wieder Vorbei sind Ich war auch immer überlegen Das irgendwann mal zu streamen Oder so Immer noch nicht wundern Aber das ist ja so Auf jeden Fall noch mal machen Irgendwann so Mal einen schönen streamen machen oder so Das ist immer so ein bisschen Najaaa Ich dachte gerade äh Battle Byte Remaster Spiele Mit Sigi zusammen Wenn Sigi mal Bock dazu hat oder so Zack Und hier ist auch eine wunderschöne Elefant Der im Inneren gesagt wie geil man gerade ist Echt man Er ist doch voll liebenswert Wer würde nicht gerne mal mit ihm zum kuscheln zack, hier runter ups da muss ich ein bisschen aufpassen ich bin ja gerade immer ein bisschen sehr liebevoll rübergesprungen das ist, ja na, na, na ich mach das hier gerade schön chillig, so ungefähr, zack so keine scheiße bauen, junge keine scheiße bauen keine scheiße bauen zack, hier hoch hier, längst, hier, längst oh, ja, ja uff, uff, uff so, hier wieder schön rüber hier hopp rüber und Gas geben it's the final countdown und sprung und weiter geht's ja, jetzt bin ich ja schon mal relativ, auf jeden Fall weiter als vorher da hab ich fast den Absprung nicht gesehen hey, so die, 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 die die, 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 die die, die, die hier muss ich wieder ein bisschen vorsichtiger oh, was mach ich denn hier, junge der ist aber gerade weggerutscht da hab ich mir auch schon gerade gedacht alter, mein lieber Herr Gesangsverein mein lieber Herr Gesangsverein dachte ich mir da auch schon gerade eben das erinnert mich ja so ein bisschen an so eine, so eine GTA, ähm custom Strecke ups die kann ich so rüber das manchmal auch so ganz komisch war zack, hier haben wir wieder schön rüber und nein, 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 ja okay, wieder rauf och dann geht bleib da rauf bleib da drauf bleib da auf jeden Fall drauf ja, es wird schlimm wenn er so runtergefallen oder war der denn durch irgendwo ich hoffe mal da kann ich jetzt, okay, gut dann geht es jetzt längs sehr, sehr hier muss ich noch nicht längs aber hier oben will ich dann gleich hier oben will ich dann gleich links längs auf jeden Fall da will ich dann weiterhin hier schön links längs hier will ich hin zack nein oh, wenn ich jetzt runtergefallen alter ich hab mir sowas von in die Nase gebissen na ernst einfach nur in die Nase, weißt halte ich fest, halte ich fest, halte ich fest, halte ich fest ja, danke, Baby oh, sehr gut das wäre echt also, da hätte ich mich echt da hätte ich mich echt gerade eben dann halt da wäre ich auch losgeschrien das ist ja auch immer so, 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 so Sachen, das gibt immer so, so schon so Stellen, wo ich mir denke alter Vater, alter Vater da macht das echt, äh, ja das ist auch so ein Spiel, wo du sich wirklich halt manchmal denkst aber das ist ja auch wieder schön, dass was hat, wo ich so ein bisschen rumlaufen kann so ein bisschen, blablabla ich muss jetzt sicher, dass ich, ich kann es natürlich jetzt auf Risiko gehen mache ich natürlich nicht, ich laufe ich schon so ein bisschen schön freundlich irgendwie längs, guck mal ein bisschen die Hexu an, dann denke ich, yay eigentlich muss ich da unten längs springen, weil das wäre noch beschissener gewesen und laufe jetzt einfach freundlich hier so ein bisschen längs so, 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 so ich probiere jetzt natürlich, oh, ein bisschen zu konzentrieren, deswegen ups ich will das hier von dem, von dem, was ich rede, ein bisschen kauler, oh, kauler Welt schmier oh, alter, fall hier doch nicht runter, Junge ich probiere hier nicht runter zu fallen abstehen ach ja, sehr gut machst du gut hier wird es schon langsam ein bisschen kniffliger das bedeutet, es kann sein, dass irgendwann demnächst das Video vorbei ist, falls noch nicht, yay, falls auch ja, vielen herzlichen Dank schon mal, dass ihr zugeguckt habt weil ich bis hier zugeguckt habe aieieiei so ups, zack weil keine scheiße bauen, das ist auf jeden Fall auch wichtig hier wird es wieder ein bisschen chilliger ich finde die Fässer da auf jeden Fall, die, die Fässer, die, die sind, ja ich denke mir öfters einfach, uff, da jetzt nicht runterfallen muss eine andere Passage, muss ich mir ausschmelden, denke, da auch nicht runterfallen oh, das kommt ja ein Liedchen, das bedeutet, uh wenn der so Farbe runterfallen könnte vielleicht so ist da oben eigentlich irgendwie hoch, ich glaube nicht, ich weiß es gar nicht wie ist es nicht ganz einfach vom Spiel, da ich immer das Problem sehe, ich wusste, wo ich längst musste bin ich so langsam, aber es ist schon was, okay, ich denke, ich weiß, wo ich längst muss ich hier oben irgendwo weiterhin längst wie ist da oben oh, vorsichtig, 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 okay, er hat's er hat's, okay, jetzt muss ich irgendwie da hinten dann da rüber es wird problematisch es ist nicht unmöglich nein oh baby bleib da stehen mach nicht diesen mit mir mach nicht diesen mit mir so nein, 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 ich bin runtergefallen scheiße okay, dann euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall sagt ihr auch schon direkt, du wolle tschüss so ein Mist aber auch